Nein. Da ist er! Was macht er da? Hello again, Daniel. I wish I were more surprised to see you. You truly are a peristant man. You deserve credit for that. Es ist keine Musik da. As I am sure you know by now, Helen is a long dead. You stood in my way. You stopped me from seeing her again. So Daniel, I hope you are prepared to die. Because my machine here will ensure every ounce of flesh... Die! Hui! No! What are you doing? Stop! Ach so, gibt es... Daniel, why do you delay the end of the table? Wie geht das denn jetzt? Very well. I suppose... It will let my servants to my dirty... Servants ficht on his flesh... Ist es jetzt vorbei? Ich bin gestorben und hab gleichzeitig ihn umgebracht. That one was a fool. I have plenty more. Ja, Freund, jetzt bin ich hier oben. Was soll ich jetzt machen? Jetzt hab ich endlich hier hoch geschafft und ähm... Was mach ich denn hier jetzt? Ah! So geht das also? Good redance, Alexander. What? No! Why is the shadow here? Wait, I feel the sense of comms. I don't think it is out to kill me. War's das? Ich glaub, das war's. Ich habe sehr wenig gesprochen bei diesem ganzen Kampf, weil... Ich konzentriert war, was ich machen soll überhaupt. Jetzt bin ich hier und... Ja... Der Mann ist tot. Und... Wir müssen irgendwo lang. Und ich fass da mal rein. Und jetzt? Was passiert jetzt? Wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? The shadow sent me home. Ach! Wir sind ganz, ganz am Anfang. Vom ersten Part. Amnesia Abduction 1. Why would it aid me? Hier sind wir also nun. Unfassbar. Ich kann nur gehen, ich kann nicht mehr laufen. Das ist lustig. Der hat uns anscheinend nach Hause geschickt. Und jetzt kann ich hier weg. Anscheinend. Und ich glaub dann, das war's dann auch mit der Custom Story, oder? Oder noch nicht. Jetzt bin ich gespannt, was da noch passiert. Ja? Wir sind hier. Wir sind hier. Zuhause. Ganz am Anfang von Abduction, wo wir herkamen. Freunde, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei, weil ich glaube, gleich kommt aus der Dunkelheit noch irgendwo angerannt. Unless... Was? Unless... Es ist mir zu dunkel hier. So dunkel war es hier vorher nicht. Ich mache hier mal ein paar Kerzen an. Ich habe hier so eine Ahnung. Wisst ihr? Kennt ihr das, wenn man das trotzdem hier nicht... Wenn man dem trotzdem nicht traut. Und hier, was ist denn das hier so dunkel? Verdammt. What if the shadow was still... Chasing... Alexander? Ich glaube, hier ist irgendwas falsch an der ganzen Sache. Hier geht irgendwas Falsches vor, oder? Ungutes Gefühl? Um Himmels willen, wenn hier einer um die Ecke steht, drehe ich durch. Es regnet. Hm. Wir machen Feuer. What if the shadow somehow knew, he was still alive in another realm? Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, aber... Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl. Jetzt hat gerade irgendwas... ...geladen, oder? Freunde, da kommt... Ich... 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 Muss ich ernsthaft die Treppen raufhopsen? That must be it. Perhaps it needed my aid to kill him once and for all. Monsters Bedroom. War es das jetzt, oder kann ich mich auch noch schlafen legen? Nein, ich bin tatsächlich nochmal hier angelangt. Das habe ich mir schon gedacht. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Alexander used the orbs too long, ... und es so simply passing to another realm ... 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 Oh ja, perhaps Aber wirklich nur Perhaps I need some sleep Den kriegst du jetzt auch Das hast du dir verdient Seht ihr, ich wusste es Da kommt noch irgendwas Jaja Abduction A custom story by Angst All lovelies are scripting by Angst Testing, Angst and the family Who jelt at him constantly while playing Because of certain scares Beta-testers Thanks to all those on the firm That answered my question, help me along Also a very special thanks to FUT Channel For allowing us to use these amazing tools And to cry Many ideas from this story Are meant to pay homage to the audience And created for many Reduction included They should bring up your Android Please leave them feedback Palom 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 Ende Oder kommt noch was Nein, es ist Ende Es ist Ende Es ist Ende Einfach nur Ende 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 Entало Und Ende EntLAUGH Der Ende